Das ist er im Bild mit dem Gesicht zur Kamera der Lokal-Matthor. Denn wir sind in Bad Winsheim, Böhrling-Röskap, heute am Samstag, den 14. August 2021. Es ist das Turnier Nr. 2 und die 4. Runde. Vielen Dank. Danke. 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 Vielen Dank. 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 Was ist denn das? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.